schwanz ist schwanz mein komm schwanz kippe was von dein schwanz herzlich willkommen bei einer weiteren folge von fallguys mit dabei janik und natürlich meine wenigkeit als tauben action da hat er da wie viel das mega laut wie du war es halt so mega leise beim letzten mal also ja ich hoffe dass es jetzt einigermaßen gut gemischt ist nicht dass das dann wieder zu dieses mal haben wir nicht das problem mit den langen lade wird hier funktionieren weißt du easy snack hindernis rennen haben wir noch nicht gehabt oder ich habe es gesehen aber gespielt selber noch nicht okay also dass das beide also für uns beide das erste mal oder beim ersten mal wissen beide es geht verdammt viel schief ja guck mal ich glaube ich bin neben dir oder ich bin bei der pommes wo ist der pommes wir kommen nochmal rein ich bin runter gefallen das ist eine dumme taube da los jetzt auf der geraden ebene Los, 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 los. Lass mich durch. Nein. Los, los, ich will bei den Kugeln sein. Kugels. Ah. 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 Was ist denn? Ich wurde gestoppt, die Pongus hat mich gefickt. Nein. Hä? Hä? Okay, ich glaube, das ist GG's, man. Ah. Das ist richtig GG. Ich bin gleich oben. Ich habe es gleich. Nein. 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 Verlassen. Mann. Geil, erst noch. Geil, erst noch. Ich wäre 45 gewesen. Ich wäre gar nicht 44 gewesen oder so. Oh, man. Belastend, ey. Jawohl. Türenlauf, was ist das denn? Da kennst du das Castle, kennst du halt nicht mit den Türen? Ja, aber da war das doch in so einem Labyrinth oder nicht und dann... Nee, das gab es auch so. Gab es auch so? Ja. Ich kann das doch mit dem Labyrinth, wenn man dann die falsche Tür hatte, dann ist meine wäre bei diesen... Nee, das ist auch so, einige Türen kannst du durch, einige nicht. Ah, okay. Weil ich kann das nämlich doch so mit diesem nackten Sumo-Bringer, der dann einen krallt und dann raushilft und so, weißt du? Nee. Oh, du meinst, ich bin neben dir. Hallo, Janik. Ich bin dein Unterteil. Ich bin dein Unterteil. Nee, wir sind einfach... Wir sind Brüder, Sven. Okay. Oh. Das ist so in der Mutter war eine richtig dreckige Haube. Leute, ich mach mich durch. Das ist auch schlecht. Hallo, ich werd weggebrochen. Ah. Sven ist deutlich vor mir, das gefällt mir gar nicht. Ich hab' einen Seite gemacht. Krass. Hör auf mich zu hauen. Wow, wow. Looping. Das macht... Okay, ich komm wieder nicht durch. Looping. Nein. Oh, man. Leute, scheiße. Im Stream läuft ein bisschen besser. Wie kommt das? Zu viel FBS. Ah, zu viel FBS. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. Ich bin qualifiziert. Oh mein Gott. 40. Boah. So weit hinter hast du? Dann für alle waren auf einer Stelle. Das ist fällig. Ich bin runtergesprochen und hab mich da vorne gedrängt. Alter, ich war glaub ich 19 oder so. Guck mal, diese Loser. Oh man ey. Easy Snack. Kreisel, nice. Nicht der Kreisel. Was war der Kreisel nochmal? Genau das. Ach, das ist ja easy. Easy. Ja, jetzt kann deutlich weniger. Qualifiziert ein... Achso, ich wollt grad sagen. Boah. Also wenn es nicht... Es wird jetzt qualifiziert. Nee, ich dachte grad nur hier... Einer darf durchkommen. Weißt du? Nee, das ist ja ein Anfangsblock. Ja, das Ding hat weggehalten. Das ist super wunderschön. Der muss ja vorrechten. Boah. Warte, komm ich gut durch. Pia. Oh, oh. Hört auf. Okay, kein. Alter. Oh, Leute. Ich find diese Seite ähnlich. Boah. Was? Nix. Easy. Ich bin so weit hinten. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Ach, ich kenne. Scheiße. Das wird nichts. Boah. Vor allem, dass du immer geradeaus gehst. Geradeaus ist der Loser. Sag ich ja. Aber geradeaus war doch eigentlich am schnellsten, oder nicht? Wenn du es schaffst, aber die Chance ist geringer. Nein! 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 Ich hab gleich gesprungen. Nein! Nein! Ja, ich sehe uns da nicht mehr. Ich sehe mich da. 14. 15. Nee! 15. 15. 15. Boah, nein, nicht schon wieder! 15. 8 noch. Nee! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, ich hab's nicht geschafft, ey. Wie war das mit Easy? Das war der Druck. Das war der Druck. Scheiße. Vollgeist. Oh Gott. Das Spiel finde ich auch überhaupt cool. Wahnsinn. Sprung Club? Auch noch nicht gespielt. Das gibt's im finalen Modus. Den haben wir jetzt neu dazu gepatcht. Ah, okay. Also zum Beispiel das Video ist nicht mehr so neu, aber das war in der Beta, da haben wir es wieder rausgenommen und dann wieder reingepackt. Da sind wir zwei unteren Stäben. Alter. Diese Variante gibt's aber schon noch. 10944, 10944, 10944, 10944. Ihr habt dich. Oh, da ist aber ne süße Taube. Wohnerleine steht ihr in Amtlap. geht es auch mal schneller oder ich glaube nicht das ist einfach nur so eine AFK hier Dings rausballern Hörn Leute, wie machen wir das denn? Ich habe das Snapser gerade gesucht, deswegen weiß ich das das war knapp hier kann man ja quasi gar nicht unterfliegen das ist ja nur Lappen aber 6 Leute sind schon ausgeschieden 7 Lappen erinnert mich ein bisschen an Inki 9 9 9 9 9 10 Easy Einmal großes Respekt an Yannick Damit ist es nur noch 18 Top 18, easy Krass Wird Yannick es schaffen für Akadari den Sieg zu Vlog Party, okay, dass es mir rausgefallen ist ja wo man gar quasi gar nicht rauslegen kann aber irgendwie raus an dich kollege und nehmen wir sind die noch nicht bist du gar nicht wieso muss ich wieder wechseln 1 9 4 4 da du bist gar nicht der einzige taube dunkel blau ist dann auch von der lila was das sein soll ok taub rassist du grounded wie明ich ist ich dachte ich kann garantisch wären Polk Lass die kap渺 saying ja er schafft ALYEN 2 sind schon rausgefallen Janik, oh, oh, Janik, nein, Janik ist raus, wie hat er es genau gemacht, Janik, oh man, ist mir einfach rausgefallen, ich gehe auf Bänden, oder, ja, ich bin in der ersten Reihe, ich habe gute Chancen, los, hey, ich wollte auf mich zu schubsen, hallo, ich bin in der ersten Reihe, hallo, nein, nein, ich bin halt gut, du machst das, du bist hier, oh Gott, Ball, 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 Ball war es dabei? oh scheiße Janik Aua oh man muss da hüpfen ich bin jetzt bei den Drehern ich auch, man muss da hüpfen Sven 25 also in der ersten Runde kann man ja quasi nicht drauf, aber raus ich bin raus, ich bin raus ich bin 45. geworden ach schon, ich mach's oh man bis jetzt einmal das Jona Bild von dir einblenden oh man komm verhext viel Glück Janik, viel Glück verhext ist mir das oh nein ok also ein Teamspiel ja geil in der Regel hasse ich mein Team oh, drei Teams sogar ja und der Schrake mit den wenigsten Bällen fliegt raus ah ok aber du bist bei dem Team mit den drei Bällen oder? ne jeder hat sich startet mit zwei ich startet mit der Mitte äh 19 äh 1 9 4 4 1 9 4 4 1 9 4 4 1 9 4 4 1 9 4 4 1 9 4 4 1 9 4 4 bleib drinnen bleib drinnen sagt er da rennt unsere kleine Taube Taube Janik mach's den wenn ihr Taube hehehe halt dich fest ja kämpft mit dir Wolf los kämpfen ja geil da habt ihr euch geknuddelt hm hier ist es salzig oh oh weg die Ficker scheiß die Mode halt den Ball auf Janik böse Wolf oh Leute oh Leute Leute was macht ihr denn da das ist mir gefällt mein Team wieder nicht ich finde das ist aber wieder grottig oh 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 falsche Richtung falsche Richtung los klär mal inses Kinder hier oh alter ja verguck dir die dummen einen vergab ich du musst den fangen das kann man nicht fangen was lass mir denn die roten sind für gelb die selbst die roten sind für gelb die selbst die blauen sind für gelb oh mein Gott dankeschön halt mich nicht fest und beißt verstehe das Spiel nicht ha 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 wenn die älteren geschwister sind oh mann ey sollte janik spiel ist wenn alles aus der widmen ist okay ich glaube der widmen ist okay baby ich zieh dir den gehalten was die 73 cent? die weh auch fein? ja ok oh los go erste reihe warte auf mich zu schubsen nein nein ihr killt Tiere ihr killt Tiere ok weiter 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 ihr macht das ihr macht das ja los 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 nein ja los 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 oh scheiße wird schon wer so weit hinten Tor ab das Tor du bist schon bei Tor? ja ich bin bei den bellen achso ja ich bin schon durch ich bin gleich oben ja das ist ja ne weide entfernt zu nennen ziel ja qualifiziert bam junge ja ich war 31 oder so ja ich hab die vormge gesehen ah geil also du hast es auch noch geschafft easy ja 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 guck man kann in der ersten runde gar nicht rausfallen na kann man auch nicht pfff ich weiß gar nicht was heute los war das Video das Video ach nee Janik jetzt absolut krasses Teamworking hier bitte nicht doch Janik wir machen krasses Teamwork wir werden stehen nee Teamwork ich hab kein bock Janik Teamwork gar kein bock Teamwork Janik Teamwork ich bin jetzt Barcelona ich geb einfach auf du bist auch blau oder? ja ok die waren die ganze nach hinten haben aber das können die vergessen aber jetzt komm ich der neue Cristiano Ronaldo juhu ich hab ein Ball besorgt Sven ja ich hol mir auch grad Bälle ich geh jetzt auf gelb snaggen ich bin auch bei gelb boah dann deadshot wir haben 5 grade Sven easy ja ich hab gelb ausgedribbelt oh rot greift mich an die roten kommen die rote ich hole noch einen da kommt noch einer abgewärts die rote Armee kommt los ja gelb ja nein bei uns bei bei nein rot hör auf rot Armee nein los 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 zu uns nein ich hole wieder ein Hör auf zu defenden gib mir den Ball küsst dich gelb ich lauf mit dem Ball ich nein rot hör auf ich gebe alles ich gebe alles ich gebe alles aber gerade fliegen wir nicht raus weil Gabe so absackt kopf 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 nein rot nein wir brauchen wir brauchen wir mal verlängerung was tut dir ja nein ja nein da spiel schon wieder scheiße Leute was macht ihr da Leute come on ich hab keinen bock dir den ganzen Tag in der Verlängerung zu hocken Leute Teamwork hab ich gesagt ja jetzt los 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 könnte Gelb auch ja 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 richtige Tigger weil das war jetzt auch es ist auch eine Folge als Regel Gelb verliert immer geil das lieben uns gut sondern 27 hier easy gar keine Gegner gewesen jetzt fäng ich aber auch ein bisschen anzuschützen weil mir echt warm wird uuuuh Sehr wohl! Leck mich doch hart an der Cojonesite! Merken, Sven! Ich kann mir nichts merken! Merken! Ich muss mir was merken, ich weiß ja gar nicht mal was ich bemerken muss! Du musst es auf den Boden merken und das, was der Monitor nach 10 Sekunden angezeigt wird, da musst du dann drauf stehen! Wieso ich da so schnell hinkomme, dass er ganz hinten in der Ecke liegt? Merken, Sven! Aber mein Falsches ist ja noch so weit! Apfel Orange! Apfel Orange! Apfel Orange! Apfel Orange! Ich kapier das Spiel nicht! Ich kapier das Spiel nicht! Du musst dir dann auf den Boden merken und das, was angezeigt wird, auf dem Fall musst du stehen! Apfel Orange! Apfel Orange! Okay, ich bleib stehen! Nice, Sven! Nice, Sven! Melone, Apfel! Ah, ich hab nur Kirsche! Melone! Melone, Apfel, Kirsche und Banane! Melone, Apfel, Kirsche und Banane! Nur 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 noch Kirsche! 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 Aska! Ich bin safe! Oh! Ich bin safe! Aska! Easy! Next round! Okay! Banane, Weiß, Orange. Nein, das geht viel zu schnell. Ich habe 5, 6 sogar. Bitte Wassermelode, bitte Wassermelode, bitte Wassermelode. Nein, wo ist ein Apfel? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nicht wieder weiter hingegangen, wo die anderen hingegangen sind. Da fliegt man nicht raus, das ist ja easy. Alter, ich bin am Ende nur hingesprungen, wo die anderen sind. Ja, weil wir quasi abschreiben wartet. Ja, keiner rausgeflogen. Geil. Puh, Leute, mir geht echt die Düse. Oh Mann, Rücken klebt jetzt, ne? Ja, ich will das schon weg. Oh nein. Abschweifen, oh nee. Lass mein Schweif doch da in Ruhe. Das ist klar, sonst werden sie den Schwanz klauen. Aber das ist jetzt nur mit einem Schwanz, oder? Ne, mehrere Schwänze. Einige, die Hälfte hat einen Schwanz, die andere Hälfte nicht. Ach ja, das ist das, okay. Es gab das auch schon mit einem Schwanz, ne? Ja, das ist das Finale. Ah, okay. Wie kommt man nochmal klauen? Umarmen. Ah, okay. Mit, äh, T, ne? Ja, ja. Leute, gib mir euren Schwanz. Ui, Yannick! Bist du das? Wer bist ich? Mein Schwanz! Gib mir deinen Schwanz! Du hast mir meinen Schwanz geklaut. Gib ihn wieder her. Ja, ich hab auch einen! Yannick! Lass Teamwork machen! Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! 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 Die haben mir den Schwanz geklaut! Ich hab einen Schwanz! Ja! Die haben den Schwanz, Sven! Nein! Mein Schwanz kriegst heute nicht! Nein! Ich hab einen Schwanz! Ich nicht! Warte, Schwanz! Ja! Nein! Nein! Ich will den Schwanz haben! Schwanz sind... Schwanz, mein! Komm Schwanz! Gib mir was von dein Schwanz! Los! Nein! Ich bin Schwanz! Komm schon! Nein! 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 Ich bin raus! Ich bin raus! Mit Schwanz.. hab ich's nicht so! Scheiße! Ich bin raus! Mit Schwanz hab ich's nicht so... Scheiße! Öuh, Yannick... Du lefst noch? jetzt muss ich wieder diskon überprüfen ob er noch da ist gar nicht mein freund wo bist du raus aus dein häuschen hallöchen ok er spielt auch voll geist also muss er noch drin sein theoretisch guck mal durch 1 9 4 ok er spielt noch aber ich höre nicht wahrscheinlich hat wir diskon sein mikrofon gemutet hier meine damen und herr sehen sie eine taube die versucht zu gewinnen wird diese taube janik es schaffen ich glaube nicht oh ja das war knapp das war richtig knapp oder wurde überall jetzt kommen wir haben oder wir bekommen aber er hat sie überlebt wie ein cheater aber überlebt es war einfach krasses heute er sollte top form das ist mein janik er hat sich geschafft und das hat er wirklich geschafft oh gott oh gott schade 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 er wird dritter geworden glaube ich jetzt richtig gesehen haben aber es hat auf jeden fall spaß gemacht und ja vielen dank fürs zuschauen ja lasst ein like da ein abo da lassen falls ihr das noch nicht da gelassen habt und ja schreibt den kommentaren wie ihr es fandet wollt ihr gerne mehr davon sehen oder halt weniger dann müssen wir wieder streamen ja wie gesagt schreibt es in die kommentare und ja bis dann tschau bis dann record und Bis zum nächsten Mal.